Liebe Festgäste, begrüßen wir den Vorstand vom Obst-Lungarn-Mau-Verein, unseren Harald und Oma. Was geht mit Ander? Schönen Sie da in Beidelsbach. Aber wenn Sie weinen, meine Vorfahren wären aus Reitlingen gestammt. Ich denke an der Stelle sagen, ich bin ein Beidelsbach. Beidelsbach ist schön. Weiterholen. Zieh, aber gell, dass Sie mir auch mal ein Pinches-Kirurg machen. Kann ich mir hinne putzen, bitte. Kann noch?